Kapradica di Lecce Kapradica ist ein uraltes Dorf, in dem Landwirtschaft, Viehzucht und Milcherzeugung betrieben wird. Die Ländereien rund um Kapradica sind reich an Ziegen, wie man aus dem Ortsnamen bemerkt. Capra ist zu Deutsch Ziege und Rica heisst reich. Die gemütliche Altstadt von Kapradica di Lecce hat schmale Straßen und ist reich an wunderbaren und gemütlichen aus dem 18. Jahrhundert stammenden Hofhäuser. Die Hofhäuser haben oft einen großen, teilweise abgeschlossenen Hof, zu dem entweder das Haupthaus oder mehrere Häuser Zugang haben. Er wird zum Ort des Familienlebens der verschiedenen Mitglieder der Großfamilien. In einigen Hofhäusern gibt es einen Gemüsegarten, ein anderes, besonders typisches Merkmal dieser Gebäude. Er war sehr wichtig für die Nahrungsmittelbeschaffung und diente als Lebensunterhalt für die Familie. Er war sehr wichtig für die Nahrungsmittelbeschaffung und diente als Lebensunterhalt für die Nahrungsmittelbeschaffung. Untertitelung. BR 2018